Sonst nix? Oh fuck, ich muss aber raus. Ja. Wow. Ich hab halt eben Angst ohne Ende, dass die mich jetzt irgendwie wegcashen, ne? Weil ich würd's machen, wenn ich ich wär. Äh, ja. Wow, das sind sehr viele. Und ich weiß nicht mehr, wie ich reinkam. Ach doch, da. Ja, jede Menge Metallschrott, das ist klar. Ne. Oh oh. Ich muss mir das genau angucken, das ist das Triebwerk. Ja, am Triebwerk kommen wir nicht rein. Immer mehr von den Viechern. Frage ist halt eben. Das ist so kurz. Ich such mir jetzt erstmal das Ding, wo wir reinkommen. Das war, glaube ich, hier. Und gehen dann nochmal auf. Oxygen. Bin ja dabei. Dann wieder das Trade runter. Weil irgendwie müssen wir da reinkommen. Da war's nicht. Okay, was ist das denn? Den kündig ja noch gar nicht. Der sieht aber auch nicht nett aus. Hier war's so. Das ist Metallschrott. Hallo? Aha, Laserschneider. Äh, ja. Fuck. Können wir da was machen? Nein? Weiter hoch. Dann kommen wir aber nicht mehr raus, oder? Äh, fuck. Oxygen. Ja, gut. Das ist jetzt leider vorbei. Ich bin tot. Gut. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. So. Nochmal. Alter, warum komme ich da nicht auf dem schnellsten Weg rein? Äh. Da war doch noch der zweite. Wo ist denn der zweite jetzt? Achso, der ist da. Komm. Das war's doch auch, oder? Ach, hier kommen wir raus, oder? Da kommen wir raus. Das ist es. Okay. Brauchen wir aber nicht? Ja. 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 So, jetzt versuche ich mal da hinzukommen. Die scheinen irgendwie friedlich zu sein. Ich weiß nicht, auf was die abfahren. Na, hier waren wir ja. Noch ein bisschen näher ran. Die Gegend hier ist halt eben nicht ohne. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Erstmal hoch. Oh, ey. Sind da Viecher? Ja. Die Frage ist, was ist hier? Ja. Hier. Hier ist nichts. Da geht's nur noch weiter runter. Und noch weiter runter ist jetzt einfach nichts, wo mein Name drauf steht. Aber warte mal, was ist das? Das sind verrottete Dinge ins Land. Die sehen einfach nicht nett aus, oder? Ja. Alter. Was ist das denn? Okay. Aha. Sie greifen doch an. Ja, Quatsch. Boah, fuck. Ja, schwimm. Och, nö. Warum? Ja, es ist nicht... Der Onkel hat mich doch ein bisschen... Ja, ist ja gut. So, was hab ich denn jetzt nicht mehr? Den hab ich noch. Ach, warum hab ich zwei davon? Egal. Batterie hab ich noch. Was hab ich denn mitgenommen? Ah, fuck. Sollen wir jetzt laden? Guck mal da. Was wollt ich denn machen? Ich wollt gucken. Mhm. So. Und schon wieder Diamant. Ja, wo krieg ich denn den Diamanten hier? Was sagt das Ding denn? Ja. Äh? Der Suche läuft super. Ja, ohne Diamant komm ich ja da nicht weiter, ne? So. Der hat doch... Warte mal, was war das denn, was ich da noch gekriegt habe? Moment. Äh, 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 äh. Zack. Sprachaufzeichnung. Ja. Detecting stern of an astronautical sol-trans-cove-vessel nearby. Vessel name Mercury 2. Inoperativ. Warte mal. Baupläne? Diamant. Wir brauchen so dringend. Ein Diamant. Äh, was war denn das mit dem Computerchip? Als Sebern haben wir auch, aber... So weit sind wir einfach noch nicht. Ja, ich weiß. Äh, was wollte ich gerade gucken? Computership. Gold. Lass mich raten. Wir hatten ja eben Gold. Gold. Wir brauchen Gold und Diamant. Aber wo ist Diamant? Wissen wir... Tata, tata, tata. Überleben. Mh-mh. Mh-mh. So, mit Hilfe. Ich hab ne Idee. Wir schnappen uns das Ding. Und machen das einfach mal hier... Wo war das denn, wo es weit runterging? Hier nicht. Gut. Hier in der Nähe geht's wirklich weit... ...runter. Ja, das suchen wir jetzt. Dann versuchen wir mit unserer neuen Tauchflasche... ...das so ein bisschen auszuloten. Auf die Gefahr hin. Äh, was ist das? Ach so, genau. Das war das. Ne, hier ist es auch nicht. Hier war... Da? Ja. Aha. Was ist das denn? Nur der Goldstab. Gut. So, erstmal nochmal hoch. Da hab ich ja alles, ne? So, und jetzt straight down. Das ist gut, dass wir wissen, dass sie da ist. Aber die nehmen wir jetzt nicht mit. Sind hier vielleicht jemanden? Oder Gold? Oder Gold? Wir versuchen das jetzt mal... Das sind alles Kalk. Das da, da ist ein... eine Chance auf Gold, aber wir versuchen ja... Ne, das ist zu früh. Wir suchen hier noch ein bisschen. Silber, ja, Silber ist gut, aber wir kriegen natürlich Titan, das ist klar. Ich brauch das mit dem Gold. Das ist das. Und da ist Gold. Oh, oh. Okay, wo ist denn denn sein Nest? Das müsste ja dann hier irgendwo sein. Na, da. Nein, das ist mir... Okay, ist mir hier runtergekommen. Hm, da ist ja wieder eins. Oh. Wollte ich eigentlich scannen. Okay, aber... Na, Gold haben wir jetzt einmal. Aber wo kriegen wir jetzt den Diamanten hier? Oh mein Gott. Wir gehen erst mal da hinten hin. Oh. Ey, hörst du auf? Äh. Oh, Nick. Ja gut, das ist nicht gut. Das ist auch eine Stachelfalle. Nein, das ist keine. Nur, wir brauchen halt Diamanten, ne? Und... Und... Auch irgendwann wieder... Äh, warte mal, Sauerstoff. Frage ist, wenn wir jetzt hier einfach hoch... Hm. Oh, das geht, das geht. Oh, das geht nicht ganz. Oxygen. Ja, ich weiß. So, was haben wir jetzt? Nein, das war schon richtig. Gold, Gelsack. Hm. Silbererz ist gut. Gelsack gescannt. Ja, ja, ja. Ähm. Dangerous weather approaching. Ja, ja, ja. Seek shelter. Ja, lass mich in Ruhe. Äh, warte, was wollte ich denn machen? Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Achso, ja, ich wollte gucken. Suche läuft Diamant. Was haben wir denn da? Was ist das? Haben wir... Waren wir da schon? Das sieht so aus, als wären wir da schon gewesen. Ja, 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 ja. Okay. Aber wir können uns ja hier... Ach, das ist das. Hä? Das ist hier. So, noch ein bisschen mehr Gold finde ich da. Waren. 30 Sekunden Oxygen remaining. Ja, das hat er ja schon gesagt. Jetzt muss ich aufpassen. Das sagt er, glaube ich, nicht wieder. Das sind nicht die Gold-Dinger. Kalk. Ja, nehmen wir. Wieder komplett voll. Ja, dieser Spaß mit der Stachel, die nimmst. Wisst ihr? Gehst du bitte weg. So. Was ist denn hier? Ey! Äh. Hallo? Oh, oh, geh weg. Alter! Ich bin gerade ein bisschen sauer. Ach, Leute. Wisst ihr was? Gold ist weg. Klar ist Gold weg. Okay. Na, davon haben wir jetzt hier die ersten Hufeneisen-Nüsse. Aber, nee, Leute. Ich lad nochmal. Das ist mir jetzt zu doof. Ähm. Tja, 21 Minuten umsonst ist aber egal. Aber, nee. Ich war zu ungeschickt. Das dürfen wir so nicht einreißen lassen. Weil wir haben schon so geiles Zeugs gesammelt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unpopulär. Aber, da wollten wir hin. Äh, ja. F. Oh, das ist was. So, jetzt will meine Katze unbedingt noch gestreichelt werden. Ja, komm.